So Ralle, how is the situation? Guten Morgen! Gute Laune! Wir schieben heute ein 28er Schnitt an, auf einer Runde von 2000 Höhenmetern und 160 Kilometern. Ich bin absolut optimistisch, dass wir das nicht schaffen werden. Wir werden hoffentlich schön und gesund in Nürnberg ankommen und das ist das Ziel des Ganzen. Wie ist das Wetter? 12 Grad, leichter Nieselregen, Tendenz mehr, sowohl Grad als auch Regen. Wir werden sehen. Alles klar. Gucken wir mal einer da. Aus dem Frankenland. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das war gut. Na again ist dir gewollt. Lach mal. Das hält mir schnell. Bei Müller auch, wenn du kurz heiterst. Merci. Kurzes Status. Wir machen gerade Mittagspause. Einwandfrei. Es läuft bisher einwandfrei. Top-Wetter. Es ist viel trockener geblieben, als wir gedacht haben. Dementsprechend sehen wir auch noch gut aus. Im Rahmen unserer Verhältnisse. Du siehst immer gut aus, Ralf. Dankeschön. Wir haben noch 60 Kilometer. Schöne Socken. Die Socken sind cool, oder? Halt noch drauf. Wir haben noch 60 Kilometer. Zwei Anstiege sind noch dabei. Ansonsten gibt es dann hinten flach raus. Gib ihm! Nürnberg gekommen. Nürnberg gekommen. Nürnberg. 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 Nürnberg! Sehr hart. Luftballonen im Weg. Nürnberg. Loftballone im Weg. Steile Anstiege. Leckeres Essen. Gutes Bier. Perfekte Gegend. Ne, war echt super. Hat Spaß gemacht und für einen guten Zweck. Einwandfreiung. Genau. Und jetzt, glaube ich, brauchen wir etwas Kaltes für einen Rachen. Danke. Tschüss.